Die gesamte Let's Dance-Familie trauert. Der Senior-Produktionsleiter der RTL-Tanzshow, Ümit Kulikoglu, ist im Alter von 46 Jahren verstorben. Große Trauer um Ümit Kulikoglu. Der Senior-Produktionsleiter von Let's Dance ist vor wenigen Tagen im Alter von 46 Jahren verstorben. Die Produktionsfirma Seapoint Productions hat einen Trauer-Post auf Instagram hochgeladen und schreibt dazu, wir sind fassungslos und voller Schmerz. Ümit, du fehlst uns so sehr. Deine Seapoint-Familie. In den Kommentaren häuft sich die Anteilnahme der Let's Dance-Familie. Die Let's Dance-Familie findet rührende Worte. Mein Herz ist gebrochen. Was ein schlimmer Verlust. Ruhe in Frieden. Lieber Ümit, schreibt Chrysanthi Kawasi, die an der letzten Staffel von Let's Dance teilnahm. Auch Profi-Tänzerin Isabel Edwardson findet rührende Worte. Mein herzliches Beileid und Mitgefühl an Ümit's Familie und Freunde. Ich habe Tränen in den Augen beim Schreiben, weil ich wollte niemals so etwas schreiben. Er hat so viel bedeutet und er war einfach immer da. Für mich hat er gerade dieses Jahr bewiesen, was für ein großes Herz er hatte. Das Leben ist nicht fair. Wir vermissen Ümit auch sehr und ich kann mir nur vorstellen, wie schwer es für euch, seine Familie ist. Viel Kraft und Liebe an euch und seine Angehörigen. Auch Renata Lusin ist fassungslos und spricht ihr herzliches Mitgefühl an Familie und Freunde aus. Ebenso Ekaterina Leonowa, Mozi Mabuse und Katrin Menzinger. Die herzzerreißende Zeilen schreiben und damit deutlich machen, dass sie Ümit nie vergessen werden. Die herzzerreißende Zeilen, die sich mit ihrem Geburtstag und mit ihrer Angehörigen. Die herzzerreißende Zeilen kommen nach einer Betreuzungskraft und mit einem Betreuzungskraft und mit einer Betreuzungskraft.